Critical Mass Paragraf 27 Straßenverkehrsordnung Mehr als 15 Radfahrende dürfen einen geschlossenen Verband bilden. Dann dürfen sie zu zweit nebeneinander auf der Fahrbahn fahren. Stören mit dem Verkehr, sind der Verkehr. Critical Mass Critical Mass Weil Fahrradfahren ein Muss für mich ist und zusammen ist es noch schöner. Ich finde es wichtig, dass die Radfahrer mehr Platz bekommen. Weil Autos keinen Sinn mehr machen. Ich fahre mit, weil so viele nette Leute dabei sind. Weil mir Radfahren unheimlich Spaß macht. Weil ich es wichtig finde, dass wir hier als Radfahrer sichtbar sind in der Stadt. Weil ich für Gleichberechtigung der Radfahrer im Straßenverkehr bin. Weil es mir sehr wichtig ist, dass wir bessere Bedingungen bekommen zum Fahrradfahren. Weil ich zeigen möchte, dass Radfahrer genauso Verkehr sind wie alle anderen. Weil ich endlich mal mit von vielen Lobbyisten zu tun habe. Weil es einfach Spaß macht. Weil ich Radfahrer bin. Da habe ich leider nichts zu sagen. Weil ich überzeugte Radlerin bin und ich immer mehr leiden muss. Seit 30 Jahren wird es heftiger für Radler. Wir stören nicht den Verkehr. Wir stören nicht den Verkehr. Wir stören nicht den Verkehr. Wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind hier. Critical Mass. Critical Mass. Critical Mass. Stören nicht den Verkehr Wir sind der Verkehr Critical Mass Critical Mass Critical Mass Das war ganz aktiv